Oh, die kommen irgendwann auch ins Journal, ob das Video, äh, das Foto von Fuji funktioniert hatte. Ja, hat es. Und das Buch auch. Glaube ich. Ach nee, da steht nur Interaktion. Hä? Bei Fuji steht Interaktion, ja. Und bei dem Buch steht nichts. Okay, dann war das Fuji, okay. Also wir waren auf 4 Grad runter. Wenn das noch so ist wie in den alten Versionen, könnte das ein Bug sein. Und es geht nicht mehr unter 0, also sprich in die Minusgrade. Ähm, ich probiere jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir da jetzt, ähm, Gefriertemperaturen nehmen. Dämon, Yuri, das war's. So, wie heißt denn der Vogel hier? Lisa Thompson ist eine Frau. Also Geisterbox wäre Dämon. Geisterbox gehe ich echt stark davon aus, dass es nicht ist, weil der antwortet nicht. Hm. Geisterbox wäre auch noch ein Ding. Aber ich weiß ja nicht mehr, ob die Gefriertemperaturen richtig sind. Also, das ist ja nur eine Annahme. Vielleicht ist, vielleicht, ähm, sind da mehrere Geister. Die kann ja nicht sein. Oder dass der Geist vielleicht woanders hinläuft. Vielleicht nach oben? Einen drüber? Da ist ja die Treppe. Können wir mal mit dem Thermometer nochmal probieren, ja? Da ist ja die Treppe. Ich denke, kann sein, dass er drüber ist. Ob die Temperaturen eventuell oben drüber sind? Hm. Ja. Infrarot nehme ich nochmal mit. Wir haben ja alles an Geräten auch dort, ne? Wir haben ja ganz viele Geräte. Oh, wir müssen eine Pille nehmen, oder? Bleibt das erstmal so. 42 habe ich. Dann wird's eng, ne? Wir haben noch eine. Ach so. Also, wir könnten jetzt eine nehmen. Oder, ja, also wenn, dann nimm du die. Du bist niedriger als ich. Naja, das kann aber auch schnell umschlagen. Jupp. Deswegen hätte ich vielleicht gesagt, lieber aufsparen. Wir gehen jetzt einfach in diesen Raum wieder rein, gehen die Treppe hoch, und dann gucke ich oben nochmal nach den Temperaturen. Okay. Jetzt ist der Plan, um zu gucken, ob vielleicht oben Minus ist, oder so. Aber das Buch ist halt unten beschrieben worden, ne? Also, von dem her. Ja, das stimmt. Aber, hm. Aber egal, wir brauchen Beweise. Wir testen das jetzt. Genau, einen Bewegungssensor hängen wir da noch hin, und dann, ja. Los. Okay, los. Bitte nicht sterben. Oh Gott. Ja, ich probier's. Stopp! Steht da. Also, ich finde, die Akustik ist besser geworden jetzt bei Phasmo. Also, detaillierter, habe ich so das Gefühl. Oder meine Kopfhörer sind besser. Also, hier in diesem Gang sind wir jetzt schon unter 10 Grad. Also, der ganze Raum im Endeffekt. Das muss ein Zeichen sein. Ich hänge mal diesen Bewegungsmelder, wo hänge ich den denn mal hin? Hier so, hier an die Seite? Wie war denn das mit dem Bewegungsdingspunkt? Ich weiß gar nicht mehr. Du meinst platzieren? Ja. Ich dachte, ach jetzt, jetzt sehe ich's, jetzt sehe ich's. Ich glaube, linke Maustaste, wenn ich richtig weiß. Ich hab den Raum gefunden. Minus 11 Grad. Minus 11 Grad. Oh, okay. Ich lass... Warte, ich hol den Bewegungsmelder. Ja. Wie viel freies Platz hast du noch? Zwei. Wir brauchen Beweise im Endeffekt. Okay, haben wir... Deinen Beweis haben wir minus 11 Grad. Also können das Thermometer weg. Okay, UV-Lampe habe ich in der Hand. Also, UV-Lampe habe ich jetzt hier. Okay, dann nehme ich den IMF-Reeder noch mit. Okay. So. Bist du schon oben? Nein. Ah ne, jetzt ist's okay. Ich hab den Bewegungsmelder nochmal unten hingeschmissen, sicherheitshalber. Weil, wenn wir sterben, ist Scheiße. Jo. Dieser Raum hier ist es. Achtung, ja, okay. Wir haben noch drei Beweise, ne? Hier. IMF 4. Ne, ist nur 4, nicht 5. Okay. Kannst du nochmal leuchten? Okay. Schön ins Klobecken. Jo. Achtung, es blinkt. Psst. Oh, ist das gruselig, Mann. Hab ich jetzt das Licht aus, oder nicht? Ist ne alte Frau, ich hab sie gesehen. Aber ich glaub, das Foto ist nix geworden. Ach, schade. Ich hab zweimal abgedrückt. Mal gucken, ob eines zählt davon. Komm raus. Ist fertig. Okay, okay. Hast du Fingerabdrücke gefunden? Ne, gar nix. Okay. Die ist hier langgelaufen, wo du jetzt quasi, also hier Richtung Treppe, und dann ist sie mir gefolgt. Die bin in die letzte Kabine reingegangen, da hinten. Das blinkt schon wieder. Das blinkt schon wieder. Ich trau mich nicht hinzugucken. Ich kann da nicht hingucken, Leute. Ich hab eh kein Fotoapparat. Ach, das ist so gruselig. Meine Sanity ist, glaub ich, ganz weit unten. Oh, die war die ganze Zeit direkt hinter mir. Leck mich am Ärmel. Kannst du vorbei, kannst wieder raus. Du, ich glaub, die Sanity ist zu weit unten. Wir müssen raus, oder? Jo. Ich hoffe, dass ein Foto was geworden ist. Leckst mich am Ärmel. Die war die ganze Zeit hinter mir. Ich bin schon unten am Ausgang. Ich bin ein bisschen hergelaufen. Ich hab kein Versteck gefunden. Geh die Treppe runter und dann komm zurück. Boah, die ganze Zeit hinter mir gewesen. Boah, das ist voll übel, ey. Aber dann bin ich ja so laut. Aber ja, ich mach. Puh, wir können ja alles liegen lassen. Wir können alles liegen lassen, ne? Der Futschi ist, glaub ich, in der Nähe. Der hat was fallen lassen hier. Das macht er doch mit Absicht schon wieder. Natürlich, natürlich. Hier von rechts kam's an. Von links. Okay. Ich bin ein bisschen rausgelaufen und als ich hier angekommen bin... Da war's zu Ende. Bis hier erinnert sie mich verfolgt. Ach du Scheiße. Okay, wir wissen... Ich hoffe, dass ein Foto was geworden ist. Hoffentlich ein einziges Foto nur. Wir wissen jetzt, äh... Vielleicht geh ich nochmal rein. Die ist langsamer als wir. Ja, das glaub ich. Oh, es geht schon wieder los. Komm weiter. Ja, ja, komm weiter. Komm weiter. Die fängt oben an. Das sagst du so? Wir gehen jetzt durch. Jetzt links in den Raum rein. Hier. Das ist rechts, aber egal. Hä? Verstecken. Welcher Raum? Hier? Ich krieg die Krise, ey. Alter. Das ist mir zu oft alles. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Hörst du mich? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Ich stehe am Ausgang. Ich warte auf dich. Ja. Ich warte drinnen auf dich. Ja. Dann ist die Chance 50-50. Okay. Aber wir wissen jetzt... Also, die Temperaturen haben wir auf jeden Fall. Ja. Wir wissen aber, der Verdacht war halt gut, ne? Doch mal nach oben zu gucken. Das heißt, auf gleicher... Auf gleicher Ebene ist es... Kann es halt auch mal sein, dass es dann da drüber oder da drunter oder irgendwie sein... Ist. Absolut genial gewesen, ja. Sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal rein. Oh. Ähm. Zumindest einer von uns beiden. Wir sind komplett down. Du nimmst die Tablette. Zumindest einer von uns beiden. Und äh, dann stellen wir nochmal eine Videokamera da auf. Hm. Wir haben doch jetzt drei Beweise, oder nicht? Die wären? Äh, na, äh, Kälte. Und was war denn das andere? Nix mehr. IMF hat man nur vier. Zumindest was ich auch... Ach ja, stimmt. ...reader drauf hatte. Hm. Okay. Also, wir können theoretisch Geisterorb haben. Das wäre ein Yuri. Oder Dämon. Oder ein Dämon. Fingerabdrücke geht gar nicht. Und Geisterbox wäre Dämon. Also, entweder Geisterbox oder... Was hab ich grad gesagt? Oder Geisterorbs. Also, die Geisterbox könnte vielleicht oben noch funktionieren. Oder? Könnte, ne? Ja, willst du, oder soll ich? Ich, guck mal, ich bin viel zu niedrig. Wenn du jetzt die Tablette nimmst, hältst du viel länger durch als ich. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, also, bei mir steht hier gerade sieben und sechs, aber okay. Bei mir steht drei und, äh, ja. War ich schon. Du hast die Kopfkamera. Ne, du hast die Kopfkamera. Okay. Haha. Also, also, Videokamera wolltest du machen und nochmal die Geisterbox oben, ne? Also, beides oben. Korrekt. Oh Gott, oh Gott. Und die Kamera nehme ich noch mit, wegen Foto. Ach, wir können mal gucken, wegen Foto, ob was geworden ist. Geister-Event haben wir. Okay. Hier ist eine Interaktion, ja. Ich glaube, das ist der Geist. Aber ich sehe den Geist nicht auf dem Foto. Ich sehe den da hinten. Der steht da. Der steht da. Okay, perfekt. Auf dem Gang. Ja, wunderbar. Sehr cool. Okay, dann muss ich hier mal das, äh, Kamera. Aber ganz ehrlich, ich muss, ich muss wirklich erst ganz kurz Pipi machen gehen. Ich muss schon seit einer Stunde kurz sein. Das dauert mir gerade zu sein. Ich bin da, ich freue mich, was geht. Ja, mach das, mach das. So. Ja, ähm. Hallo? Futschi, wenn du mich hörst, gib mir ein Zeichen. Am besten mach den Tuchster hier unten an. Ein bisschen Mucke raus. Hier, das Radio. Oder kannst du irgendwas anderes bewegen? Wie zum Beispiel... Das Gerät, was ich nicht weiß, wie es heißt. Du warst bei Futschi? Futschi, mach das Gerät hier weg. Ich glaube, das geht aber nicht. Futschi hat sehr viele Zeichen gegeben, ja. Ach, das glaube ich. So, da ist die Kamera... Die Kamera von... Muss ich jetzt überhaupt die... Die, äh, Taste gedrückt halten, wenn keiner da ist? Da ist auf jeden Fall die Kamera von Zibyl. Der jetzt in die andere Welt gesprungen ist, um Pipi zu machen. Unsere Sachen kann er nicht anfassen. Ach so. Boah, eh. Kein Wunder, dass die Sanity... Oh, Entschuldigung, bin wieder da. Das ging schnell. Hui. Ja, mit Händewaschen sogar. Sehr gut. Also wie gesagt, mein Plan. Ich habe jetzt die Kamera in der Hand, also die Fotokamera. Ich gehe jetzt ran, nehme die Videokamera, stelle die oben hin. Ja. Und, ähm, dann nehme ich noch die UV-Lampe und gucke mal, ob da noch was mit ist. Weil Fingerabdrücke war ja, glaube ich, ein Ding, oder? Kannst du mal schauen, bitte. Nee, Geist-Orbs und... Geister-Orbs und, äh... Geist-Ghost-Box war es, glaube ich, noch. Genau. Genau, da solltest du nochmal oben die Geister-Box testen, im zweiten Geschoss. Ja, aber ich nehme erst die Videokamera, dann kannst du ja in dessen schon mal gucken, ob du Ghost-Obs siehst. Ja. Boah, ist echt übel, ey. Ist richtig übel. War nicht Temperaturausschlag? Ja, ja, wir haben Gefriertemperaturen. Die haben wir aufgenommen. Gefriertemperaturen und, ähm... Minus 11 irgendwas. Genau. Die beiden Dinger haben wir jetzt. EMP war nur auf 4. Also, war kein... War nicht auf 5. Da liegt er immer noch. Bei mir flackert's. Bei mir flackert's. Versteck dich. Also, ich darf ja nicht reden, ne? Ich bin ja auch doof. Da ist sie, da ist sie, da oben. Oh Gott, da ist sie. Und wenn er jetzt stirbt, was mache ich denn dann, Leute? Ich habe keine Ahnung. Zippel, pass auf. Natürlich ist ja toll, wenn ich die Fresse nicht halte. Oh Gott. Das war wieder knapp. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich parallel rede, wenn du da gerade auf der Flucht bist, ne? Ich habe dich nicht gehört, die ganze Zeit. Ach so, das ist ja gestört, ne? Kann das sein, das Funkgerät? Möglich, kann sein. Weil ich habe die ganze Zeit gesprochen. Aber ich bin nicht mal oben angekommen. Hm. Das ist wirklich gestört. Dann. Boah, ist aber auch spannend, heute. Oh Gott. Die Pille hattest du genommen, ne? Ja. Achtung, Achtung. Mach die Lampe aus. Äh, okay. Jetzt ist aber, jetzt ist. Oh, scheiße, schon wieder. Oh, Zippel, nein, bitte nicht. Und er hört mich nicht, er hört mich nicht. Das ist komplett gestört. Okay. Ist Futschi jetzt gerade drüben? Bei Zippel? Weil ein Geist, ein Toter von uns, kann auch sich zwischen den Geist und jemanden stellen. Aber richtig heftig, ja. Und ich habe getestet, also du kannst mich nicht hören, wenn es gestört ist, geht einfach nicht. Okay, alles klar. Guckst du mal nach Orbs eventuell jetzt gerade, wo gerade nichts los ist? Ah ja, stimmt, da war ja was. So. Oben auf den Mittelgang hattest du es ja gestellt. Genau. Hm, sieht nicht danach aus, da. War das gerade ein Orb? Ich weiß es nicht. Es hat kurz was aufgeblitzt. Hinter dir. Also hinter dir. Also Geisterbox ist glaube ich nichts. Das könnte ein Orb gewesen sein. Ja, 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 definitiv. Nee, das ist deine Luft. Nee, das sind Orbs. Das waren Orbs. Das gefälligst. Ich gehe mal weg. Ich gehe mal weg. Machen wir das Licht aus. Guck mal jetzt nochmal. Bitte lass es Orbs sein. Das wäre das einfachste. Ich glaube, das waren welche. Das war nicht deine Luft oder so. Aber jetzt kommt natürlich wieder nichts, ne? Hm. Aber wenn die Geisterbox nicht reagiert, können es nur noch die Orbs sein. Jetzt sind wieder welche da. Aber das bist du irgendwie. Vielleicht war das auch der Lichtschein irgendwie von deiner Taschenlampe. Also Geisterbox ist nichts. Die ist immer noch nicht da und spricht mit mir. Hier sind keine Orbs. Willst du ihren Namen nochmal nennen? Lisa Thompson? Schmeiß alles weg, nick die Beiste. Geist, Geist, Geistbox, Geistbox bestätigt. Wir müssen in den Raum reingehen. Geistbox, Geistbox. Okay. Ich komme zurück. Machen Feierabend. Okay. Das wird lustig. Wir machen dicht. Okay. Achtung, Achtung. Oh, jetzt hört er mich wieder nicht. Scheiße. Nicht sterben, nicht sterben. Oh Gott. Sanity of 23, 26. Oh, da war sie gerade. Oben. Oh, ist richtig ausgeschlagen gerade. So, da war sie wieder. Ich bin schon an der Tür. Ich bin aber weitergelaufen. Okay, der ist auch auf 10 oder was, was es hier gibt, das Höchste. Auf 10. Ich habe die die ganze Zeit auf irgendwelchen Kameras gesehen. Mh. So, bin an der Tür. Bin raus. Feierabend. Stellen wir alles ein. Und dann fahren wir ab. Aber du hattest jetzt, die Geisterbox hat jetzt wirklich was gemacht, ja? Ja. Okay. Ich habe gefragt, wo bist du? Da hat sie geantwortet, away. Away. Und ich habe auf dem Display auch drauf. Oh, okay, okay. Also Geisterbox 100 Pro. Okay, cool. Dämon, alles klar. So, Moment, ich stelle ein. Also, wir haben Geisterbuch, Gefriertemperaturen, Geisterbox, Dämon, genau. Hier ist noch ein Foto von dir. Ja. Ja, ich habe noch ein Foto von dir gemacht. Ja, das war da, wo sie quasi so ein Event ausgelöst hat. Das müssten wir theoretisch auch haben. Ich habe sie nur gesehen, ja. Aber das Foto habe ich hier, ja. Ja, haben wir. Haben wir noch Heuchelstäbchen? Wollen wir uns übertreiben, noch Heuchelstäbchen machen? Oder wollen wir einfach weg? Hatten wir doch vorhin schon, ne? Einmal. Bei Ipputschi. Naja, aber es hat nicht gezählt, weil wir unten waren. Sie ist ja unten. Ach so. Okay, das musst du machen. Du hast aber nur noch 19, ne? Nee, komm, wir riskieren nichts. Scheiß auf die 20 Dollar oder was das sind. Wir hauen ab. Wenn wir alles hier lassen, passiert ja nichts, ne? Wenn du nur mit den Räuchelstäbchen reinrennst. Oder? Genau. Einfach reinrennen. Räuchelstäbchen an und gut ist. Und wieder raus. Let's go. Soll ich mitlaufen? Danke. Nein, brauchst du nicht. Ich habe... Okay, okay. Aber du hast die Kopfkamera. Verdammt. Oh, die macht dich fertig, ey. Die macht dich kalt jetzt, du. Ist das unmöglich? Vor allem, ich muss ja erst mal hinten an die Treppe kommen. Die fängt ja meistens schon dann an zu jagen, wenn man in den Raum reingeht. Ja, ja, hier vorne ist sie auch immer schon gleich, wo du jetzt bist. Gleich blinkt das bestimmt wieder und ich kann nichts sagen. Das war Taste F oder zum Aktivieren von dem Räuchelstäbchen? Ja, ich, ja, 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 hm. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh Gott, der schafft das nicht. Scheiße. Oh fuck. Versteck dich. Mach irgendwas. Nicht aus, oder? Ah, hallo? Weiter geht's. Das ist so heftig, ey. Du hast ja noch, du hast noch neun, das ist gar kein Problem. Ja, danke für die Info. Was passiert, wenn du auf null runter gehst? Dann jag die noch öfter als jetzt. Mhm. Nee, sind wir ja bald gleich auf. Es geht schon wieder los, oh nein. Versteck dich. Da sind, das sind ja diese gelben, ach das sind die Räucherstäbchen, äh, Spaden. Jetzt gerade. Jetzt gerade. Okay, komm zurück. Ich muss den kompletten Gang, ich muss den kompletten Gang hindern und dann wieder zurück. Nee, nee, komm. Es reicht. Nicht, das ist es nicht wert. Ja, das ist es nicht wert. Komm zurück. Ich trigger die, bevor ich quasi die Mitte des Raumes erreiche. Ja, du bist auch auf null jetzt, deswegen, du musst zurückkommen. Oh Gott. Ist schon wieder, ne? Oh nein. Oh, nicht auf die letzten Meter, bitte. Wo ist denn der Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe. Achso, ich kann ja hier gucken. Er ist kurz davor. Hallo? Okay, okay. So, Feierabend. Ja, du bist fast draußen, komm. Oh, ist das krass. Nee, ich schaff da hoch, weil die früher wieder auf Jagd geht, anstatt dass ich zur Treppe komme. Ja. Nee, okay, also. Du hast alles gegeben. Du hast dein Leben gegeben dafür. Alles ist gut. Dein Leben hast du gegeben. Es ist alles gut. Oh ja, da ist der Zähne-Ausschlag. Richtig heftig, ja. Okay, haben wir alles eingeloggt, oder? Ja. Alle nochmal gucken? Futschi nochmal gucken? Okay. Okay. Geisterbuch, Gefriertemperaturen, Geisterbox, Dämon. Jawohl. Wir haben eins, zwei, drei Interaktionen, also sollst du auch ein bisschen Kohle dabei rausspringen. Na, hoffentlich, ne? Mal gucken. Boah, das war ja ein schwieriger Kuss. Das war heftig. Hallo, hallo, hallo. Servus, Futschi. Du hast bestimmt die Hände über den Kopf geschlagen, oder? Wie schlecht wir waren. Was? Nein. Ich habe nur zwischendurch gedacht, hallo? Dann wollte er mich gar nicht mehr mitspielen lassen. Doch, doch. Wie viel Geld haben wir... Ja, aus dem Grund habe ich jetzt auch gesagt, das war abbrechend, weil, wie gesagt, ich komme eh nicht die Treppe hoch, die triggert eher. Das war zu doll, ja. Das war ja? Ja.